Ich denke, ein nettes Turnier gesehen, war doch ganz witzig. Einige Maschinen leider, auch meine, nicht ganz so zuverlässig, wie ich gedacht habe, aber so ist das im Leben. Ihr kennt das, Urkunden, als Beweis, dass ihr hier wart. Wir fangen mit Featherweight an. Ich möchte gerne Leo nach vorne bitten. Ja, Leo, hast nicht gewonnen, aber einmal für Kaschai und für Hannibalito 3. Wer hat ein Futterweight? Keiner. Ist egal, wir machen Reissicherung über Videoaufnahme. Ist da gewesen. Vielen Dank, lieber Leo. Jetzt möchte ich gerne den Rainer sehen, wo immer der Rainer auch ist. Ah, der Rainer. Rainer hat auch Maschinen gehabt. Bläh, boy. Einmal Bläh, boy. Vielen Dank, Rainer. Danke schön. Noch ein Röhrensystem, ja. Jan, kommst du, du machst es für uns. Wir waren auch dabei, mit Holzmaster. Ja, für das erste Mal war ich jetzt okay. Hier, halt mal da hinten. Du weißt nicht, Herr Ron. Halt mal vernünftig hin. Dann René, wo ist der René? Wo ist der hinten? René, warst auch dabei. Scary Cube, der war am dritten Platz. Jetzt kommt, leider, wie immer, Dirk. Mit Adrenalin war nicht der Sieger. Aber mit Stalker den ersten Platz gewonnen. Gebt auch noch für den ersten Platz. Das ist das Schöne. Ja, also. Hier, hier, komm mal rein. Drei. Okay, perfekt. Dirk, das ist der Internationale. Genau. Okay, jetzt wird der Stapel dicker. Was haben wir denn da? Raptoren? Ich guck gerade mal, ich kenne die Namen eigentlich. Oh ja, doch. Raptoren. Wer haben wir da? Team Duck Voltage. Wo sind die? Da. Ah, kommen Sie beide mit Big Box. Wer ist Big Box? Da ist Big Box. Ja. Ach, du bist auch noch. Ja. Ein Hirten-Team. Wie gesagt, ihr seid beide zusammen. Waren beide erfolgreich dabei. Komm Jan, nein, du warst auch dabei. Hier, mit Stegosaurus. Jan war selber dabei. Erfolgreich wie nie. Ah, ist zu schnell. Ja, kommst du nochmal? Entschuldigung, ich kann es für mich mitnehmen. Ich war auch dabei. In Panic, das Team. Wo ist der Andreas? Wo ist er? Ah, Applaus bitte für Leidenschaft geben. Das ist gut, was auch. Geh du, hol deinen Vater. Genau, geh du weg. Hol deinen Vater. Ah, das erste Mal dabei. Erfolgreiche Teilnahme. Die fährt noch. Team Rock'n'Robot mit Ivan. Wer war denn das von? Ah, er war's. Du bist schuld. Ihr beiden. Team FFR Gator. Gator. Gator, gibt natürlich nur eine Kurkunde. Dankeschön. Erfolgreiche Teilnahme. Rainer. Schon wieder. Wieso gehst du immer in die hinterste Ecke? Der Rainer war wieder dabei. Er hat sogar zwei Maschinen dabei gehabt. Einmal Buffer und einmal Red Rep 2. Erfolgreiche Teilnahme. Vielen Dank. Rainer, nochmal. Rene, komm. Rene, auch Rene war mit zwei Maschinen dabei. Black, Bone und Balthasar. Mit den beiden auch erfolgreiche Teilnahme. Geht ihr weiter nach vorne? Das sind zwei Urkunden übrig hier. Der kriegt schon wieder. Der war gleich. Wir brauchen noch bald einen Schrank zu Hause. Der hatte doch auch schon. Einmal für Alp drauf. Und für Enigma den ersten Platz. Jetzt ist die Liste lang. Weil AdWords hatten wir eine ganze Menge. Team Dark Voltage. Bitte nach vorne mit... Wer war Black Caron? Du. Burning Gas? Du. Oh, ich stehe vor, ist wer? Ich. Du. Noch mehr? Nein, das war's. Okay, das war's. Ja, dafür. Das war's. Das war's. Das passt. Passt. Mit Dirk noch drauf. Genau. Ja, du. Du auch wieder. Ja, mit seinem End auch dabei. Tonkrieger. Wow. Ja. Danke. Ah, das freut jetzt. Nein, das freut natürlich nicht. Dirk, du darfst jetzt etwas früher kommen, denn du bist nicht. Nein. Unter ferner Liefen. In Panic. Komm. Roger. Nein. Mit drei. War Style, Team Mazza Boisa. Ah. Herr Martin. Vielen Dank. Jetzt bitte mal das Team Rock'n'Robot. Das sind doch ein bisschen mehrere, ne? Ah, hab ich mir gedacht. Einmal Black Bull. Wer ist das? Wer ist Red Bull? Wer ist das? Wir? Ihr drei? Ihr drei? Ich bin ja eh nicht dabei. Mach dich. Stell dich dazu. Mach dich. Mach dich gut. Hey, war richtig gut. War richtig gut. Ich weiß, danke. Fast gewonnen. Black Bull aber auch nicht. Black Bull auch nicht? Ja, morgen leider. Waren beide nicht dabei. Okay, Goldkunde wird zurückgezogen. War nicht angetreten. Der René, bitte. Mit der fahrenden Kokosnuss. Karabeos, auch wieder Rock'n'Robot mit dabei. Und jetzt mal das Team mächtig mächtigen. Wer ist das? Komm, 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 komm. Wer hat Schneidezangen gefahren von euch? Bitte. Böse zuerst? Ja. Böse. 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 Böse zuerst. Oh, Böse zuerst. Das ist doch nichts. Und der Sieger, Schneidzahthalsbeginner. Nochmal vielen herzlichen Dank, vielen lieben Dank. Ich hätte euch gerne auch noch mehr geben, aber beim nächsten Mal, ich schicke die Urkunden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Für die, die noch mit uns was essen gehen, die sich angemeldet haben. Um 20 Uhr habe ich den Tisch reserviert. Es sind sicher noch Plätze frei. Wer dazu kommen will, das wird irgendwie schon gehen. Das hast du, gehst nach Hause. So, bist du jetzt erst auf dem Angriff und Kitz? Nein, ich muss mal mit Mama telefonieren. 20 Uhr, ich gebe gleich die Adressen, schreibe ich drauf. Und da habe ich den Tisch reserviert und dann werden wir schon irgendwie zusammenfinden. Alles klar? So, vielen Dank. Heute erst mal, ich möchte es auch hier machen. Ah, genau. Genau. Noch ein Veranstaltungshinweis. Ein ganz wichtiger Veranstaltungshinweis. Die DAG veranstaltet am 26. März in drei Wochen ein großes Event. Wir gehen zusammen mit einer Science Fiction-Verein. Dann kommen also sicher 1000 Zuschauer, da ist richtig was los. Wird ein schönes Event. Wer Zeit hat, wer Lust hat, sollte hingehen. Macht sehr viel Spaß. Da seht ihr noch mehr holländische Maschinen. Kann man sich mal so ein bisschen austauschen. Wer es ausrichten kann, unbedingt hinfahren. Federways und Reptoren. Es gibt schon jetzt 13 oder 14 holländische und englische. Es gibt auch zwei deutsche Maschinen. Es sind alle dort willkommen. Ihr hört, internationales Event. Das ist bestimmt nett, auch mal die Engländer zu sehen, was die bauen. Und wenn ihr es einrichten könnt, mit Raptorenfässern, unbedingt hinfahren. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich hoffe, ich habe da was dann. In die Nähe von Eindhoven eine Stunde von hier. Eineinhalb Stunden einkaufen, das ist ja kein Entfernen. Und ich denke, das lässt sich einrichten. Dirk, ich möchte noch danken für die Organisation, Vorbereitung und das Besten, was du glaubst. Herzlichen Dank für alles. Kein Thema, ne? Und dann noch jemand. Und Tino, kommen wir bitte. Herzlichen Dank für die ganzen Aktien, die du gemacht hast. Und dann haben wir es eigentlich zufrieden. Einmal. 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 Einmal.